Macht das niemals in Mario Kart. Die meisten von euch werden an dieser Stelle vor dem Ziel einen Stunt machen. Aber macht das niemals. Das kostet euch bei 200ccm enorm viel Zeit, da ihr durch den Stunt extrem hoch in die Luft fliegt. Fahrt deswegen nicht durch die Mitte, sondern zum Rand und macht stattdessen hier euren Stunt. Jetzt fliegt ihr nicht zu weit in die Luft und könnt schneller landen. Also für die Zukunft.